Vielleicht habe ich es auch irgendwo vergessen, übersehen oder sowas. Aber wo? Wo, wo, wo. Ich glaube, ich habe ein Lieberrichter das Speichern vergessen. Jetzt sind wir ja auch durch. Da wollte das keiner wissen. Keiner was davon wissen. Nein, ich bin davon überzeugt. Goldküste oder Arola? Dieser eine Brief gehört entweder... Das ist eines von diesen beiden Rätseln müssen wir lösen. Aber Goldküste, bin ich davon überzeugt, löst sich dadurch, dass wir den Brief abliefern, weil wir dann in Seehandel nämlich auch das Touristenbüro machen können. Wir könnten höchstens hier in Polynesien mit den beiden Menschen nochmal fragen. Haben wir den Brief ausgerüstet? Ja. Es gibt ja auch zwei Menschen. Okay. Bringt auch nichts. Neo Tokio sind ja alle tot. Ja, Mai war auch nichts. Da haben wir auch alle durch. Eigentlich müsste sich doch auch irgendwie Loire weit entwickeln. Jetzt auch in die technologische Zeitalter. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir dafür Arola erst mal zumindest eine Stufe weiterbringen müssen irgendwie. Dass die etwas Industrie haben. Ach, Mann. Reden wir nochmal mit den Leuten hier in der Sa- Äh, äh, Hara. Vielleicht haben die ja irgendetwas. Irgendeinen Tipp für uns. Pingya würde höchstens noch funktionieren. Oder der Tempel. Bevor ich das nicht versuche... Gehe ich da dann auch nochmal hin? Ich schaue jetzt noch mal kurz nach Loire. Immer noch nicht. Ach, oder auch nicht? Jetzt waren wir schon. Es gibt noch ein Ort, mit dem wir noch nicht waren. Und das tatsächlich auch hier, wo wir mit der Person noch nicht geredet haben. Das möchte ich auch nochmal versuchen. Bei den Quattros waren wir. Nehme ich hier. Die Molly. Wir haben zwar versucht, ein Bild hier zu machen, aber wir haben nicht mit der Molly geredet. Nein, funktioniert nicht. Okay. Möchte Kai... Wir haben den Brief ausgerüstet, oder? Ja. Möchte ihn nicht haben. Ähm. Nein, dann... Tempel und Pingya näher. Dann wird's das nächste. Äh, Pingya näher... Komm ich von wo aus? Bei Liotto? Liotto ist da. Und Tempel wäre auch da. Ja, dann... Nehmen wir jetzt erstmal... Pingya näher. So, das war, glaube ich, hier. Genau. ... Okay, also den Brief haben wir ausgerüstet. Da ist doch... Warte mal, das ist eine Pinguin-Mädchen. Vielleicht das. Dem haben wir ja auch geholfen. Äh, die ist jetzt aber weg. Die ist hier drin, glaube ich. Was? Glup-sig-lup. Glup-sig-lup. Schade. Okay, also die sind offenbar zusammen, aber wir können leider nichts machen. Oder hätten wir jetzt was anderes? Nein. Hm. Da ist gar nichts. Hm. Ist auch ein bisschen blöd, weil wir sie nicht verstehen können. Da ist keiner. Da ist keiner. Können wir leider auch nichts machen. Schade. Nein, hier ist auch nicht... Wobei, was war das gerade? Das hier. Na gut. Hm. Nein, ich glaube, wir haben jetzt das ganze Dorf durch. Hier ist nichts. Schade. Dann reisen wir zum Tempel. Vielleicht ist ja da etwas. Hier ist ja da etwas. Wir haben... Wir haben... Wir haben... Derzeit zwei Hauptprobleme, finde ich. Nämlich Arula... ... und dieser Brief. Und dieser Brief. Und ich glaube... ... diesen Brief kann ich abgeben, wenn ich das mit Arula fertig gemacht habe. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich ihn dazu bringen soll, dass er die Sachen haltbarer macht. Das weiß ich leider nicht, wie das gehen soll. Das könnte ein Seeheim sein, dass er davon abhängt. Aber... Da müsste ich den Brief woanders abgeben. Die Frage ist nur, wo? So, also wir sehen uns jetzt hier nochmal um. Die Ruge ist tot. Gehen wir mal da rein. Hier ist niemand mehr. Hier ist gar keiner mehr. Komisch. Waren die nicht auch mal Leute? Hm. Hm. So, ich speichere jetzt gleich mal. So, einfach mal schlafen. Hm. Also so langsam, je länger ich spiele, je länger ich hier Sachen mache, desto weniger Möglichkeiten, finde ich, bleiben übrig, was noch zu tun wäre. Nein, dieses Mal steht er nicht mehr auf. Da kannst du mir vertrauen. Letztes Gebäude. Letztes Gebäude. Hm. Letztes Gebäude. Ich setze mich dieses Mal nicht nochmal. Also, das brauchen wir nicht nochmal anhören, ganz ehrlich. Wie ich mir dachte, hier kommen wir nicht weiter. Wir könnten höchstens mal zu seiner Festung sehen, ob er, äh, ob die anderen dort noch sind und warten auf uns eventuell. Labor. Nein. Sind weg. Also, ich möchte jetzt auch nicht nochmal das ganze Labor durchmachen. Ich glaube auch nicht, dass wir hier nochmal herkommen sollten. Ich glaube, dieser Ort ist durch. Aber was dann? Was machen wir jetzt noch? Was haben wir noch? Eigentlich haben wir gar nichts mehr. Das würde mir nichts einfallen. Wir haben jetzt ziemlich jedem geredet. Ich glaube, wir haben sogar mit jedem geredet. In jeder Stadt. Dieser Brief, der hängt definitiv entweder von der Goldküste oder von Aloha ab. Davon bin ich überzeugt. Und bei beiden weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Wir haben hier auch, also, wir haben diesen Brief halt. Und, ja gut, die OID haben wir auch noch. Aber ich glaube, damit wären wir fertig. Die Kamera haben wir noch, aber wir waren ja überall. Und haben Fotos gemacht. Hm. Ich speichere jetzt. Und dann höre ich mit der Aufnahme auf. Dann die läuft eh schon wieder seit... Da habe ich angefangen. Ich glaube, 14 Uhr seit fast 5... 5 Stunden? Was? Nee. Da habe ich über 17 Uhr, glaube ich, angefangen. Also seit 4 Stunden ungefähr, glaube ich, nehme ich schon wieder auf. Und ich glaube, das sollte reichen. Ähm, ja. Wir lassen das einfach mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Amen. 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 Amen.